Das ist ja cool. Ich habe mal gesehen, das ist eine Reihenweite, aber die stand jetzt irgendwo vor der Tür. Wie hast du denn das jetzt mit dem Füttern? Das ist jetzt ein bisschen aus der Kontrolle. Wollte ja rein, Schluss, denn das ist der Sohn. Das ist hier vor der Tür. Das ist hier und die Machtverteilung. Was? Du kannst ja auch gehen. Ja, das packt. Ja, das war auch Dorsi, wo das Öerlede gemacht hat. Ja, verdammt. Ja, ganz weit. Entschuldigung. Ja, das zeugt man heute, ja. Ja, gut. Dann müssen wir mal einen Füren lösen. Oh, einen Füren. Oh, scheiße. Hüfte. Ich dachte schon, da hängt einer mit Ritterbänen. Hatscht eh mit Paschen. Ja, das ist gewollt, ne? Komm. Oh, das ist der Geweide. Oh, ho, 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 ho. Die stößen sich doch ruhig ab, das machen wir nicht hier aus. Mann bleiben, ne? Oh, jetzt müsste ich mir irgendwas geben. Ja, das ist der Geweide. So, jetzt kommt noch. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, 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 ho. Das ist vollsichtig, Mann. Ich denke, schwarze! Denkst du nicht mehr? Geh in den Arsch mit dir! Der hört zur Räule schwarzen. Der steht mit 1. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich auch... Weißt du, das Öl noch? Ja, ja. Ich könnte den Sorten ja machen. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Hälfte ab. Okay, das geht aber noch weit. Nee, das hat sich genug. Das ist ja gut. Die haben genug. Okay. 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 Jetzt geht es los. Nach dem Trinken am Spielen, nach dem schlafen wird erstmal gepullert und sonst noch. Okay. 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 Okay.